Ja, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Awakening. Hier rein. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, dass der berüchtigte Anders den Köder schlucken würde. Hi. Ja, ich hätte wissen müssen, dass ihr es sein würdet. Mit dem hier habt ihr eine schlechte Wahl getroffen, Kommandant. Anders wird sich niemals fügen. Weder uns noch euch. Er hat bisher einen ziemlich guten grauen Wächter abgegeben. Ja, bisher. Er. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Mörder für niemanden mehr zum Problem wird. Was? Nein, ihr könnt mich nicht festnehmen. König Alistair hat meine Rekrutierung gestattet. Stimmt, er ist König. In dieser Angelegenheit steht die Autorität der Kirche über der der Krone. Ihr könnt euch nicht hinter den grauen Wächtern verstecken. Nein, er bleibt bei uns. Das kommt kaum überraschend. Die grauen Wächter waren schon immer ein sicherer Hafen für Kriminelle und Melifika. Ich weiß zwar nicht, woher diese Loyalität kommt, aber sie wird euch nichts nützen, anders. Ihr kommt mit uns. Hat die gerade etwas gegen Morrigan gesagt? Hat die... Bitch! Das wirst du bereuen. Oh ja, das wirst du sogar sehr bereuen. Geistschaden, Naturschaden. Ah, ich will irgendetwas Säure flaschieren. Wird es geworfen? Aha, wir haben doch noch Bomben. Okay, läd los. Ich zeige euch, warum Magier so befürchtet sind. Sag das lieber nicht. Nichts. Er ist gerade hinter mir gestorben. Und was macht sein Kopf in der Kiste? Okay. Niemand sagt etwas über meine Freunde. Ich frage mich, ob eine Maya davon wusste. Aber vermutlich spielt das ohnehin keine Rolle. Hab Dank. Ihr habt zu mir gestanden und das weiß ich zu schätzen. Ich habe die Templer nie besonders gemacht. Weißt du was? Wir sind Freunde. Und Freunde helfen einander. Ja, ich nehme an, das tun sie. Und jetzt küsst mich, mein Schatz. Lass uns gehen, bevor noch jemand hier auftaucht und uns Ärger macht. Okay. Sie tot. Ich habe sie ausgeraubt. Ich finde das toll. Aber wir können hier abhauen. Dann gehen wir hier mal entlang. Warte, wo sind wir? Einbrichtchen. Ich nehme alles mit, das ich finden kann. Da da. Oh nein. Das ist so eine alte Dragon Age Tradition. Das muss ich euch sagen. Manchmal kommt es vor, dass ich auf einmal anfange zu singen. Also singen in Anführungszeichen. Was ich mache, kann man eigentlich nicht als... Au. Singen. Bezeichnen. Warum? Alles klar. Ich habe schon verstanden, dass du ein Level aufgestiegen bist. Du musst nicht so interessant leuchten. Da, du wirst auch noch Bade. Bachte. Du hast einen Bart. Hat er wirklich? Das stimmt sogar Mist. Und du musst mal mehr aushalten. Und ich möchte, dass du... Da. Da. Hm. Ich wollte dich eigentlich im Bogenschießen besser machen. Und dazu brauchst du Geschicklichkeit. Ach Gott. Weißt du was? Eins hier. Zwei da. Und wir machen langsam Fortschritt. Weiter. Dann machen wir jetzt langsam das Spielen. Alles klar. Hier gibt es noch was für mich. Jedenfalls Dragon Age Tradition. Ich fange manchmal an, komische Geräusche von mir zu geben. Das ich als Singen bezeichne. Und wir kommen hier nicht raus. Okay, dann müssen wir doch die normale Tür nehmen. Schade. Okay. Okay. Und raus. Da dich Robben nicht verschwertern und... Achso, Robben. Oh Gott. Ich dachte schon, hä? Was wollen wir denn Robben? Was wollen wir denn Robben? Jo, jo, jo. Mein Deutsch wird immer besser. Und wir haben lauter rote Flecken auf der Karte. Das finde ich nicht gut. Aber ich such sowieso noch immer nach Giftflaschen. Da ist eine. Da ist eine Giftflasche. Jetzt haben wir schon zwei. Entschuldigung, ich laufe hier ein bisschen rum und schaue jetzt halt, ob ich irgendwelche Giftflaschen finde. Hä, was ist denn das? Ist das eine kleine Puppe? Da ist eine Puppe, okay. Ich tue nochmal ein Speichern. Ich fühle mich gerade nicht so gut. Okay. Ah, noch eine Truhe. Ah, okay. Ich hab's verstanden. Ihr seid alle besser wie ich. Du möchtest auch ein bisschen mehr. Da, weiter geht's. Heilen. Ach, du kannst schon so gut wie du kannst heilen. Mist, 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 Mist. Dann hier. Todesmagie. Nein, 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 nein. Wir machen das da. Okay, jetzt kannst du aufhören, so zu leuchten, als hätte da gerade jemand. Okay, nein, das sag ich jetzt nicht. Guten Tag, Stadtwache. Guten Tag, ihr zwei Bürger, die überhaupt nicht verdächtig in einer Ecke stehen. Habt ihr rein zufällig Gift gesehen? Wie ihr wünscht. Sagt mal, denkt ihr, es gibt irgendwo in der Nähe vielleicht einen Drogisten? Seid ihr verletzt? So könnte man es ausdrücken. Ihr klingt nicht, als werdet ihr euch sicher. Gut, hör zu. Ich habe seit ein paar Tagen diesen brennenden Ausschlag. Meine Haut ist sogar ein wenig grünlich geworden. Was habt ihr denn diesmal wieder angefasst? Ich habe überhaupt nichts angefasst. Ich glaube ja, das kommt von dem Gebräu, das wir trinken mussten, um graue Wächter zu machen. Ich habe noch nie gehört, dass jemand davon einen Ausschlag bekommen hat. Ich bin eben etwas Besonderes. Also ich schaue einfach mal, ob ich irgendwo in der Stadt etwas Minzbalsam auftreiben kann. Ach komm, sei doch nicht wütend. Treppe zum Wehrgang, da müssen wir noch nicht hin. Die leuchtet, haha. Da ist eine Statue. Oh, da war gerade was. War das. Ja. Na, das ist ja mal wieder typisch. Was ist denn jetzt los? Was meint ihr? Hier stand normalerweise noch eine weitere Statue. Sie hat Byron Howe dargestellt, meinen Großonkel. Er ist während der Rebellion gestorben, als er König Maric dabei unterstützt hat, seinen Thron zurückzuerobern. Dennoch ist diese Statue nun fort. Ich sorge dafür, dass sie wieder aufgestellt wird. Spart euch die Mühe. Niemand hier wird sie sehen wollen. Meine Familie hat zahlreiche Helden hervorgebracht. Die Hauswaren schon seit Kaelen hat ein Begriff. Doch das alles zählt nun nicht mehr. Verflucht seien mein Vater und sein törichter Ehrgeiz. Er allein ist schuld daran, dass wir alles verloren haben. Nicht wahr? Ihr habt es in der Hand, die Dinge zu ändern. Genau. Baut bloß keinen Druck auf mich auf. Ich frage mich, was aus der alten Statue geworden ist. Vermutlich wird damit jetzt die Mauer irgendeiner Kirche abgestützt oder so. Armer Arl Byron. Ach, Statuen sind etwas für Tauben. Ich will sie mir nicht ansehen. Vielleicht können wir ja die Statue irgendwo finden. Steht da irgendwas Neues? Ah, da steht nichts Neues. Jedenfalls. Ich habe darüber nachgedacht, was ihr gesagt habt anders. Über euren Vergleich zwischen meiner Familie und den Magiern. Das ist lächerlich. Ich werde mich nicht in eine Abscheulichkeit verwandeln, nur weil ich ein Hau bin. Ich habe auch nie behauptet, dass der Vergleich perfekt ist. Ein Hau zu sein, erlaubt mir auch nicht, euren Verstand zu kontrollieren. Ihr habt irgendwie nicht verstanden, was ich sagen wollte, oder? Ich bin einfach kein Freund übertriebener Vereinfachungen. Na schön. Euer Pech. So, ich habe drei gefunden, aber leider nicht alle. Naja, was soll's. Ich sehe hier lauter rote Flecken auf der Karte, um die würde ich mich jetzt kümmern. Ja, das wird nicht schön. Ich hoffe, ihr helft mir beim Kämpfen. Die haben mir eiskalt nicht beim Kämpfen geholfen. Die haben einfach nur zugeschaut. Sonst geht's euch noch gut, oder was? Micha und Kolbert. Okay, danke für gar nichts. Gott, da sind jetzt noch mehr Flecken aufgetaucht. Ist da eine Katze? Da ist eine Katze! Okay, wer hat gerade gesagt, ihr werdet bluten und bezahlen? Das klang nämlich echt fies. Hallo, wollt ihr weiterkämpfen? Erst wenn das der Fall ist, dann kämpfen wir eben weiter. Aber wir haben auch kein Problem. Gut, fangen wir an. Mach schon! Verteidige dich! Oh ja, das wird ein Schwach! Oh, er ist tot. Habe ich gar nicht mitbekommen. Kann ich das Huhn haben? Kann ich über das Huhn laufen? Nein, ich kann aber da durchlaufen. Okay. Das sollte kein Problem sein. Hier ist immer noch das Versteck. So, und jetzt gibt es noch woanders rote Punkte, um die wir uns kümmern müssen. Katze! Oh mein Gott! Guten Tag! Macht ihr etwa gerade Probleme? Davon bin ich kein Freund, wisst ihr das? Ich zeige euch, warum Mafia so gefürchtet sind! Hör auf, das zu sagen! Sind alle tot? Ich glaube, es sind alle tot. Gut, das haben wir gut gemacht. Ah, mein Hintern juckt. Ah, besser. So, was machen wir jetzt überhaupt? Ich bin nämlich... Ach, warte, wir gehen jetzt abends zum Ausrufezeichen und dann versuche ich mich mal wieder zu orientieren. Nach einer Folge. Ja, komm. Erstmal umschauen, wie da die Steuerung zurechtkommen. Was willst du, Marshal Aiden? Ach, der Kommandant der Wächter. Ich nehme an, ihr habt euch entschieden, uns zu helfen. Hä? Was genau geht hier vor? Da der Handel nahezu zum Erliegen gekommen ist, haben sich hier Schmuggler breit gemacht. Sie verkaufen gestohlene Waren, zu Wucherpreisen. Ach, du... Wenn es uns gelingt, ihren Geschäften ein Ende zu machen und ihre Vorräte zu beschlagnahmen, könnten wir diese an die Bedürftigen verteilen. Ich kümmere mich um das Problem. Einer der Schmuggler wickelt seine Geschäfte auf dem Markt ab. Er könnte wissen, wo sich das Versteck befindet. Uns ist es zwar nicht gelungen, etwas aus ihm herauszubekommen, aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Ja, das machen wir jetzt. Da. Genau, das machen wir. Und da drüben ist er sogar. Wird er jetzt uns... Wird er jetzt nicht wollen, dass wir in die ganze Stadt folgen? Ach, hier ist auch Gift. Ha, wir haben vier von fünf. Ich weiß aber nicht, wo die fünfte Flasche ist. Ja. Moment mal. Meine Jungs haben gesagt, sie hätten euch in einer Unterhaltung mit... Ja. Ich werde euch lehren, eure Nase nicht in andere Leute Angelegenheiten zu stecken. Indem du weggrennst. Indem er weggrennt. Das sollte kein Problem sein. Aber pass auf, dass wenn du weggrennst, du nicht allzu weit wegläufst, damit wir dich noch einholen können. Okay, danke. Ein mutiger Versuch, aber leider nicht gut genug. In die Schlaf! Da ist ein Larkier. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Der muss als erstes weg, Mensch. Hi. Na, wie geht's dir? Natürlich. Hi. Ich habe einen Wolf. Yay. Warte, kann ich mich noch andere Sachen beschwören? Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Äh. Zauber und Talente, genau. Warte, ich kann bis jetzt nur das? Hm. Na dann. Ich dachte, ich kann schon mehr. War vielleicht mit einem anderen Spielstand. So. Der Typ ist zwar abgehauen, aber ich habe ja zu ihm gesagt, er soll nur so weit gehen, dass wir ihn noch einholen können. Die Wache fliegt. Das passiert auch manchmal. Da hat er schön auf uns gewartet. Zusammen mit ein paar anderen Leuten. Das passiert jetzt schon. Yeah. boyfriend. Er. So, jetzt musste ich alles haben, das ich mitnehmen kann. Er kommt Nia an Gerad. Ist das dein Ernst? Wir haben hier gekämpft und du bist so 30 Meter mal entfernt. Stattwache, schön, dass du auch so mithilfst. Wenn wir hier gerade direkt vor deiner Nase kämpfen. Die Frau ist mir immer noch voll verdächtig. Warum ist hier so ein Nebel? Meine Wächtersinne schlagen an. Deine Wächtersinne, manch. Watscha, übertreib nicht mal. Hör auf zu krämpfen und erhielt dich in deinen Schiffskrassen amt. Sagt er, während er gegen eine Leiche rannte. Oh mein Gott, ich hab das Spiel so vermisst. Natürlich. So, wo ist er denn jetzt diesmal hingegangen? Ha, warte, da gibt es noch was für uns. Ah, so ist er denn jetzt. Ach, da vorne. Ich sollte vielleicht auch nach Giften schauen. Aber ich finde gerade keine. Ach, hat er jetzt ganz viele mitgebracht. Oh mein Gott, das wird ein Spaß. Wow, ihr seid echt gut. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich vermisse den Mülleimer. Gut, fangen wir an. Der war einer der besten. Das sollte kein Problem sein. Das ist das, was sie selbst schreibt. Naja gut, wo ist er denn jetzt? Aus der Stadt raus. Natürlich. Alles klar. Ihr seid doch alle eine sehr gute Hilfe. Und dass er jetzt in Richtung von diesem Verstands hercrofelt, müde ist er das. Weis denn hier an sich! Was? Wie hast du mich gerade genannt? Wir lassen zu, dass ich verfolgt werde. Los, mach die Ratte verhälter. Wieso, wie geht es mit ihnen? Einer von uns beiden versteht das hier nicht! Das wäre die Gelegenheit! Der Makler ist weg. Falsche Taste. Oh, er ist tot. Kann ich da was mitnehmen? Ja. Wie ihr wünscht. Was willst denn du? Von dir will ich jetzt nichts wissen. Was? Miau? Miau? Entschuldigung. Der hat uns ja gar nicht geholfen. So, jetzt geht es hier entlang. Jetzt geht es da entlang. Ach warte, wir können hier immer noch nicht entlang. Wir müssen mit ihm sprechen. Na, großartig. Meine Brüste jucken. Ja, die können jucken. Fragt eure Freundin oder Frau. Genau. Wenn man BH trägt, trägt, nicht drückt. Wenn man BH trägt, trägt, ich kann nicht sprechen, dann jucken die Brüste. Es gibt ein verlassenes Haus, das möglicherweise als Eingang zu ihrem Versteck dient. Kratz, Kratz. Wenn ich mir vorstelle, dass der Eingang die ganze Zeit dort versteckt war. Das warst du Idiot. Dort wird bestimmt jemand Wache stehen. Und wo es eine Wache gibt, gibt es auch einen Schlüssel. Ich werde es mir mal ansehen. Wenn ihr einen Weg zu ihrem Versteck findet, sind diese Schmuggler erledigt. Viel Glück, Kommandant. Ich habe innerhalb weniger Minuten das Versteck gefunden. Und ihr habt Probleme, es in Jahren zu finden? Ich stelle langsam alles in Frage. Guten Tag. Wollen wir kämpfen? Ja, wollen wir. Ja. Musst du aber... Und fertig. Im Ernst, warum greifst du auch eine Person an, die bereits... Eine Sekunde... Warte, irgendwo steht das doch genau hier. Die bereits 857 Leute getötet hat. Warum willst du dich mit so einer Person anlegen? Ich wiederhole. Du legst dich nicht mit einer Person an, die bereits 857 Leute umgebracht hat. Ich bin ein furchtbarer Mensch. Merkt ihr das? Na gut, lass uns jetzt in das Versteck gehen. Und auch den Rest umbringen. Und die Zahl höher bringen. Mann, oh Mann. Roger bringt Leute um, er wird als Held gefeiert. Ich bringe Leute um, auf einmal... Ist das falsch? Also ich habe noch nie jemanden umgebracht, aber es... Okay, Thema wechseln. Tö, 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 tö. Wollt ihr gegen mich kämpfen? Hallo? Kampf? Speichern? Kämpfen? Ich habe von euch gehört. Ihr habt ein paar meiner Jungs ziemlichen... Ich habe von euch gehört. Ihr habt... Ja, ja, ja. Ach, Mist, Bententhal ist voll. ...ein paar meiner Jungs ziemlichen Ärger gemacht, nicht wahr? Ja. Nun, damit... Ach so. Es ist jetzt vorbei. Gut. Ja. Wird erledigt. Ach, da ist auch ein Schurkel. Oh, Gran! Trink deine... Dein Wundumschlag. Was? Wie bist du jetzt auf sowas gekommen, Enders? Er ist tot. Er ist tot. Was, was, was? Ich will das... Halt, warte, ich glaube, meins ist besser. Meins ist eh besser. So. Aber es wird Zeit, dass ich ein paar Sachen wegmache, weil... Oh, dann Kuss. Waffen, die mit diesen... Ach, Naturschaden, wie immer Naturschaden. So, irgendetwas, das ich nicht brauche. Blöckchenhalsband. Ach, ich weiß schon, für wen das ist. So, Naseweiß. So, Naseweiß. Warte, was macht das? Hallo, So, Naseweiß. Noch immer wohl auf, wie ich sehe, hm? Mäum. Mäum. Entschuldigung, ich liebe das. Zerstören. Zerstören. An Elfen. Ach. Das Herz des Kriegers. Oh Gott, wir haben so viel, dass wir... Geschenke. Ah. Warte, ist das auch ein Alkohol? Okay, was werfen wir dann weg? Irgendetwas. Kurzbogen. Krändolch. Oh. Dies behalte ich mal. Wird erledigt. Da, ich will deine Falle. Okay, von dir will ich Geld. Alles klar, das kann ich mitnehmen. Die Falle. Gut, fangen wir an. Geld natürlich. Das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. Und Feuerpfeile brauchen wir auch nicht. Wir müssen mal wieder hierher kommen. Ich habe leider jetzt echt... Keine großen Taschen. Was zum Lesen? Das sind Pläne, die ich le... Oh. Oh, ne Ruhe. Ist nichts Wichtiges drin. Okay, wir kommen vielleicht irgendwann mal wieder. Das ist hier sehr schön. Wohin geht's jetzt? Wieder raus? Wieder raus. Gut, fangen wir an. Ach, warte, wo sind wir? Das ist... Ähm... Oh. Na dann. Waren wir hier schon drin? Ich weiß nicht, ob wir hier schon drin waren. Hallo. Störe ich? Ich hab gehört, Hubert's Bande hat Schwarzgebrannten in die Finger bekommen. Glaubst du, die verkaufen mir was von dem Zeug? Hubert? Warte, die Weisen der Verderbnis. Wir sind die Weisen der Verderbnis von... Ähm... Ich glaub, die haben... Ähm... Emmerantin... Falsch geschrieben. Arme Kinder, von denen hier die Eltern ruhen. Sollen Kleidung essen. Bitte helft uns. Weißt du was? Warum nicht? Ich hasse dich. Die Quest ist witzig. Das werdet ihr später sehen. So, ich hab ihnen was gespendet. Wisst ihr was, wenn wir hier schon sind? Wobei, ich hab ja... Von der Feldarbeit ist mein Fuß ganz wund. Was ist das? Öh? Okay. Ja, okay, wir gehen zu einem Händler und dann kommen wir nochmal hierher. Andererseits, die Folge ist gleich vorbei. Okay, wir geben die Quest ab, damit wir diese Folge eine Quest gemacht haben. Und... Dann wende ich die Folge. Warte, kann ich mir grad Wundumschläge machen? Das kann ich... Brauch ich leider nicht mehr. Ich hasse leider nur eine Elfenurzel. Hallo. Gibt es Neuigkeiten? Die Schmuggler werden euch keine Probleme mehr bereiten. Die Stadt Amaranthien steht tief in eurer Schuld. Vielen Dank, Kommandant. Äh, kein Problem. Und... das war's. Tschüss!